So, ihr seid bereit? Wir fangen auf dem rechten Ball an, uns aufzuwärmen. Seistest, horizontal und in den Platz rein, laufen und zurück, kleine Städte rückwärmen. Auf die Bälte, fertig, los. Um das Hütchen rum und zurück. Und hier, Seistest, Seistest, ums Hütchen rum und zurück, ums Hütchen rum. Sehr gut, macht ihr das? Nicht mit der Bote und weiter. Und, Seistest und nach vorne laufen. Seistest, ums Hütchen rum, Emilia. Und ums Hütchen rum, hier, ums Hütchen rum. Nicht schlimm, macht ihr alle sehr gut. Schlappig. Anastasia und Emilia, beide gleiche Zeit. Da ist ein Ball ist hier hinter euch. Das war vom Tag, er hat das sehr gut gemacht. In Emilia, beim Zurückgehen, macht man so, nicht so. Hey, das war geschummelt. Ihr habt die Anastasia nicht gesehen. Wer die Anastasia nicht schiefrichtet, hätte sie sich darauf aufmerksam gemacht. Das stimmt. Okay.